Sechs Restaurants in Westsachsen kämpfen derzeit um den goldenen Kochlöffel 2017. Bei der Aktion der Industrie- und Handelskammer geht es vor allem darum, die regionalen Lebensmittelproduzenten zu stärken. Der dritte Wettbewerbsteilnehmer war der Fischerhof Mannixwalde. Gerade bei frischem Fisch sind kurze Lieferwege oberstes Gebot. Da kann der Fischerhof im Krimmitschauer Ortsteil Mannixwalde natürlich punkten, wie man schon im idyllischen Außenbereich sieht. Der Teich liegt direkt vor der Tür. Das ist halt bei uns das typische Regional, da geht es nicht. Wir haben auf dem Hof ein Fischgeschäft, da werden unsere Fische gelagert und da werden die auch geschlachtet. Und wir kriegen die praktisch über den Hof direkt in unsere Küche und der Gast auch Sonntagmittag frisch auf dem Tisch. Über 20 Teiche bewirtschaftet die Familie Lokocz im Landkreis Zwickau. Doch keine Angst, das Angebot auf der Speisenkarte ist natürlich wesentlich breiter, sodass auch Freunde von Meeresfischen und anderen Gerichten auf ihre Kosten kommen. Also wir haben natürlich nicht nur unseren heimischen Fisch, wir haben auch Fisch aus allen Meeren, kann man bei uns wirklich bekommen. Wir legen da auch immer ein bisschen saisonalen Wert. Es gibt halt in der Matthiaszeit und dann haben wir mal Dorsch, wir haben mal Scholle. Also das wechselt immer, es gibt selbstverständlich auch Fleisch, weil in jeder Familie ist auch ein Fleischesser dabei. Sonst würden die Leute hier nicht so sehr glücklich sein, wenn sie nur kaufen essen müssen. Aber das ist eigentlich immer relativ gut. Das Thema Regionalität zeigt sich auch bei den Kräutern. Die wachsen direkt vor der Tür und haben damit einen Lieferweg in die Küche von nur wenigen Metern. Und damit sind wir auch schon im Reich von Küchenchef Marc Steinhäuser. Für den Wettbewerb um den goldenen Kochlöffel 2017 hat er sich eine raffinierte Kreation ausgedacht. Natürlich mit Fisch aus dem eigenen Teich. Wir haben uns gedacht, wir machen was Spezielles. Wir haben einen Prä-Amus vorbereitet. Das heißt quasi das Amus vor dem Amusgöl sozusagen, der doppelte Gruß aus der Küche. Der wird quasi aus einer hausgeräuchten Konsumier entstehen, da unser Räucherofen und unser Fischverkauf im Vordergrund stehen sollen. Ja, dann haben wir uns gedacht, ein Amusgöl, ein Gruß aus der Küche, noch als zweiten Teil, in dem wir halt ein bisschen mehr, wo wir uns gesagt haben, wir machen was Besonderes. Wir machen einen Tag am Meer, ganz besonders, wo wir halt auch drei spezielle Produkte aus dem Meer für sie vorbereitet haben. Ja, und dann geht es zum Hauptgang über. Die Karpfen-Galantine, wie wir schon gesagt haben, für den goldenen Kochlöffel, die Hauptspeise. Und dann machen wir noch zum Abschied noch ein schönes Dessert. Der Tag am Meer als Gruß aus der Küche bot alles, was so einen guten Tag am Meer so ausmacht. Neben Fisch, Auster und einem Gehl war der Teller auch mit Sand garniert. Natürlich war es ein essbarer und wirklich leckerer Sand. Auch bei den Beilagen achtet der Küchenchef auf Regionalität. Unsere Kartoffeln sind vom Biohof Harnischhof in Hartau, das ist bei Oberwira. Und das Gemüse auch von dort, wie gesagt, die größeren Bestellungen machen wir auch über Fruchtexpress Altenburg. Ist jetzt aber als Direktvermarkter für uns erstmal uninteressant. Sind sie natürlich auch. Ja, und ganz toll, unser Vordergrund, unser Karpfen, wie auch unsere Forelle, unsere Saiblinge, sind aus der eigenen Fischzucht vom Herrn Thomas Lockholz, da wir ja direkt als Direktvermarkter auch stehen. Für den Wettbewerb ist das Hauptgericht der entscheidende Punkt. Jurymitglied Mike Arnold hat sich eingehend mit dem eingereichten Gericht befasst. Ja, es liest sich sehr gut. Wir haben hier wieder, ich muss immer sagen, ein Klassiker. Wir haben eine Galantin diesmal drauf. Eine Galantin ist normalerweise auch vom Geflügel hergestellt. Eine kalte Vorspeise eigentlich. Die wird ausgelöst und praktisch, dass man die Haut nicht verletzt. Dann füllt man eine Farce rein, dann gart man das bei einer geringen Temperatur eine längere Zeit. Und dann wird das aufgeschnitten und meistens als kalte Vorspeise serviert. Hier ist es warm interpretiert. Es ist praktisch eine gefärbte Farce drin, also dass man das Schnittbild dann auch sieht. Das ist ja Karpfenfilet, was wir heute haben. Das ist praktisch mit dieser Farce gefüllt. Und dann entsprechend durch dieses Schnittbild sieht das dann auch auf dem Teller wunderbar aus. Was mich dann auch interessiert, ist dieses Miso, was hier drauf steht. Das ist praktisch eigentlich aus den japanischen. Das ist eine Würzpaste, die, wie gesagt, hier verwendet wird. Und wie diese Sache funktioniert, dieser Rohstoff, der also vor der Türe wächst, sag ich mal, in den vielen Teichen, wie das mit diesem asiatischen Einschlag dann funktioniert, das würde mich interessieren, auf jeden Fall. Dann war die Jury gefragt. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Entscheidung nicht leicht wird. Die Köche haben die Fischgerichte auf einem sehr hohen handwerklichen, wie auch künstlerischen Niveau zubereitet und präsentiert. Kommen wir zur Auswertung. Wie die Speisen aussahen, das haben Sie ja in den Bildern gesehen. Ich bedauere es natürlich zutiefst, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt. Also geschmacklich haben Sie etwas verpasst. Das muss man so festhalten. Aber ich bin jetzt echt mal auf das Juryurteil des Profis hier in der Jury gespannt. Das war doch klasse, dieser Beitrag, oder? Das war eine super Sache. Ich hatte ja gesagt, ich bin auf bestimmte Sachen gespannt gewesen. Einmal auch auf die Füllung vom Fisch, von den Korpfen. Erstmal war der Korpfen schön filetiert und es waren keine Kräten drin. Das ist immer ganz wichtig, auch für den Gast. Und ein sehr schön abgeschmecktes Aroma. Die Kartoffeln außenrum, auch wieder eine klassische Zubereitungsart. Und auch die Harmonie auf dem Dauer war eigentlich ausschlaggebend, auch für ein Spitzenprodukt. Muss man so sagen. Super Leistung. Und eines möchte ich auch noch anmerken. Mike Arnold hat mehrfach die Jurymitglieder ermahnt. Für den Wettbewerb zählt nur der Hauptgang. Ja, ansonsten hätten wir ja auch noch den Gruß aus der Küche bewertet. Und auch noch das Dessert, ein Traum. Wir dürfen es leider nicht bewerten, aber ich werde es sehr, sehr lobend erwähnen. Es war ein Traum. Und das zum Teil sogar mit den Mitteln der sogenannten Molekularküche. Ein Top-Wettbewerbsbeitrag zur Halbzeit beim goldenen Kochlöffel 2017. Jurymitglied Katrin Stiller von der IHK kann da nur ein positives Zwischenfazit ziehen. Also wirklich ausgezeichnet. Wir haben richtige Spitzenköche in der Region, kreativ, mit neuen Ideen, mit Mut und vor allen Dingen auch mit einem ganz, ganz hohen handwerklichen Können. Würde aber sicherlich auch nicht gehen, wenn die regionalen Produkte nicht so eine gute Qualität auch hätten. Ja, und man kann nur jeden einladen, das einfach selbst auch mal zu probieren. Denn so zu kochen wie unsere Köche, das würde ich zum Beispiel zu Hause nicht schaffen. Was bei dem hohen Niveau der Wettbewerbsbeiträge auch nicht verwunderlich ist. Das nächste Haus, das sich dem Urteil der Jury stellt, ist das Försthaus von Markus Otto in Rheinsdorf. Das nächste Haus, das ist das für heute.